morgen leute und willkommen zurück zu the forest und schnorrer der sich im busch versteckt ich versteck mich nicht ich bin der buchste ist aber so halb in dem busch da guckt schon wieder was nach jetzt mache ich mir auch noch mal pfeile so wie hier ist ein salamander drin ich habe mich schon gefragt ob der andere sachen auch noch aber wie kriegt wie kriechen den da jetzt bei mir steht jetzt hier nur i tatsache was so weil kein stock drin war glaube kann das sein nee der stock ist doch dann automatisch so lustig hier erst mal der liegt doch da theoretisch auch oder was ich mache ich ja du haust oder was obwohl die du machst das auch kaputt ich sehe doch schon kommen bestimmt kommt drauf an und go falsche richtung gut ach so weil ich hatte kein stock mehr dann rüste ich mal jetzt den bogen aus so ich muss gleich noch mal was futtern so dann wollten wir ja genau damit war da den ein stuhl erst mal fertig machen und dann wollten wir ja noch einen anderen stuhl wieso reicht doch wenn ich sitzen kann du brauchst ich guck zu falsche tasse sorry was kommt hier eigentlich hin ach so das ist so ein ding okay wo bleibst du denn schon wieder okay ich habe gerade mal einen bogen wollte ich gerade mal schon mal testen also mit links gedrückt halten dann zielst du und muss wahrscheinlich auch schießen und wenn du wieder ablegen willst einfach die rechte tasse dann so ich muss aber erst was futtern ja schon wieder hast du schon wieder sie wachsen doch noch ja wir müssen da rechts bei dem bete noch mal gucken ob wir da auch noch mal bären sonst ich will sowieso noch ein paar biete setzen hat da hinten muss ich rum rennen okay warum kann ich die hier hinten nicht essen aber hier hinten ist und wie jetzt eine leere fläche und wie hoch jetzt habe ich glaube zu viele gegessen so wir wollten hinten raus das hier hinten auch so eine feuer dinge die automatisch dann wenigstens die sind die ganze zeit oder sind jetzt aus also heute noch jetzt sind sie aus sie waren an also es sieht bei mir so aus als wenn du mega weit weg gerannt ich glaube ich habe einen höhleneng an die sollten so aus das geht alles noch nach wir haben hier sogar ein fluss vor uns ja wieder ist glaube eine schlange drin wo hier ist noch ein dorf scheiße so viel zum thema doch nicht bist du durch den fluss durch darüber durchgeschwommen das ist doch eine ecke wo du durchführen kannst gleich was das denn ist das fell ich würde sagen dass wir das dorf rein müssen ich habe gerade salamander ist nicht also ich ist auf jeden fall momentan keine so wie es aussieht so ich habe meinen pfeil auf jeden fall wieder eingesammelt das sind das sind zählte zählte schon mal gut jetzt rennen grad ein reh vorbei das muss stehen bleiben also in salamander habe ich schon mal getroffen mit dem pfeil molotow cocktail oder was ist das ein reh in den arsch geschossen und rennt weg oh ja ich habe einen molokow das dann auch jetzt scheiße zeichen pfeil geschossen wo ist er hin in den boden geschossen den pfeil und jetzt suche ich den verfickten pfeil und das reh rennt weg man sieht ja auch keine blutspur ne ich glaube nicht das jetzt bestimmt weggespawnen also ich habe es nur ich hätte das wahrscheinlich nicht in den hintern schießen sollen biebeln hat ich habe es wieder gefunden aber das rennt weiter weg gehen mal gehockt hin oh hier sind hier ist noch was im aussamen foto oder sowas ok so jetzt sieht so aus als wenn es näherend immer weiter weiß ja nicht ob das einfach mal verblutet ich sehe gerade nicht mal den namen irgendwo ach dann schieß ich zwischendurch noch so ein salamander weg ach da oben bist du lol neben dir fast oder ein wo was ist das denn jetzt war es fast neben mir ach ich weiß nicht wie weit man die pfeile schießen kann oder es bringt mich aber auch durch die halbe map hier das vergräst du bist doch fast in einer klippe oder so musst du auf was sein das gute ist ich fühle mir ja einfach die ganzen salam ich habe auch ich habe auch mal gucken aber probier es direkt und den hals oder kopf oder so also du musst beim zielen hast du doch oben den ding den den musst du drauf ziehen jetzt habe ich einen pfeil versaut ich hab nicht also ein pfeil steckt in dem reh aber ein reh packt gerade kann man wieder aufsimmeln nein jetzt rutsch ich runter hallo leben verloren in den stein verpackt wird sich verarschen was wolltest du fragen ob man die pfeile wieder einsammeln kann die kannst du wieder rausholen ja wenn es totes ich meine die verschossenen ja die kannst du aus die die im boden weise nicht die sind weg glaube ich habe meinen zumindest nicht wiedergefunden habt wo bist du jetzt eigentlich weit weg von dir aber wo muss ich bloß drehen und siehst du mich irgendwo hab dich ja auch gefunden ja ich drehe mich ich sehe dich aber anders in weiß schön fast ein weißer eingeborener was so der wird sich aggro an der knot das ist ja ein richtiger eingeborener da kommt angelaufen ich sehe aber nicht wo du bist da ganz hinten lol also die können auch jumpen die können jetzt bin ich hier gerade bei den zelten wo du warst oh scheiße dann bist du ja gar nicht so weit weg mehr aber die zweite sind zu ja okay er läuft weg scheinbar habe ich sein gebiet verlassen der holt einfach nur verstärken er kommt er geht jetzt normal wieder hier vorne bisher ach da ich sehen auch ja das sind doch mal jahren war da oben kommt ein anderer an die rand siehst du das oder noch ein dritter er guckt uns an das sind schon drei das sind schon drei der der eine beobachtet jetzt so eigentlich wollten wir doch rehe jagen meinst du die sind hier auf freien flächen und er sagen ich hatte und ich hatte meins aller freien fläche okay so ein paar federn zack jetzt da war gerade eins und rennt weg ich glaube man darf da nicht so ran spründen wie in der natur da hinten sind oder sind welche ich sehe es ja und da ist wieder so dieser typ der das letzte mal so geleuchtet hat den ich einmal gesehen habe die sind ja auch überall klasse also ich gehe jetzt erst mal wieder richtung zu hause und guck hier auf unserer seite hier im wald macht hat ich fahr da eine runde mit dem flüss so hier sind doch noch mal sondern nimm mal ein paar städte schon regt nein aber ich werde es eh nicht hin kriegen außerdem sehe ich vielleicht ins wenn ich mit dem fluss rumfahren wenn du kannst nimm mal schädeln noch mit bitte ja ich bin voll mit schädeln anscheinend ringe blume okay so während du dann auf dem fluss bist dann kannst du ja noch mal federn sammeln und habe schon 23 wo sind denn jetzt die ringe ich habe ein bein mitgenommen was hast du mit einem bein und beine wo wie kann ich jetzt noch mal sehen was man mit einer sache machen kann ach da ach das ist ja dann gehst du auch das haben aber da ich glaube da wird nicht alles angezeigt weil der pfeil wurde mir beim stock nicht an den zeit man dem baut hellsmix okay was brauche ich dafür was ist das hier kann ich mal was futtern wir waren aber ganz schön weit weg von zu hause oder naja da täuscht glaube ich ein bisschen ja es ist wahrscheinlich hier gleich denn hier ist ja schon der fluss wir hätten wahrscheinlich hier nicht unbedingt über den fluss muss sondern wahrscheinlich hätten wir hier auf unserer seite einfach bleiben können ach so wird das dunkel oder ist das das ist noch wegen redunkel denke ich mal weil dann würde ich doch lieber glaube ich zu beginnen du bist kalt und nass ja toll und feuer was machst du denn schon wieder dahinten was ich habe gerade im kopf geschossen das rennt auf mich zu und habe die pfeile wieder raus genommen lol aber das rennt oh ja die komische die lampen gehen an nachts das ist top siehst du da kann ich beim steg ohne welche setzen wo wir haben weil ich weiß leider nicht wie monfinsternis aussieht ich weiß die frage ist ja wo man den treffen muss also entweder hatte ich gerade ohne ich brauche ja ich brauche ja wärmer scheiße 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 bin ich auch weil das mit dem feuer sieht gut los ich hoffe die wir haben auch ich glaube nicht das war schon ans lagerfeuer scheinbar wirklich nicht oder ich gehe rein das hilft vielleicht als du hattest ja noch einen top daran was drinnen wird es auch waren habe ich gehofft aber irgendwie habe ich nicht das gefühl so es ist schon das war aber diesmal könnten wir eigentlich ein ründchen pennen gehen dann war ja die react mal so richtig nicht erfolgreiche wieso ich habe eine neue nachbar ich verliere da jetzt irgendwo ich verliere rechts außen vom blauen strich ach so dass die kälte ja ich glaube dann kommst du mal zum perl ich bin noch im lagerfeuer wird natürlich da war ich doch eben auch und dann wollte ich schlafen das finde ich mein problem wenn du dann schlafen gehen willst jetzt will ich schlafen gehen und der typ ist nicht da ja weil du weggegangen was doch jetzt rennt er wieder raus ob wir kriegen besuch jung und tot oh gott ich bin ja was ja tot hunger 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 ich hab so siehst du kann ich hier gleich wieder welche anhängen mal guck mal die sind so richtig schön abgehangen ja was so die werden braun also ich konnte jetzt hier noch was eine feuerstisch reinpflanzen ich hoffe du nimmst doch irgendwann deinen topf wieder zurück warum der da noch rumliegt warum soll ich den zurücknehmen weil der vielleicht sonst da und wie so lange rumliegt jetzt steht da dreimal fleisch drin so ich mache mir los was los 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 ist der mein flos auf fertig muss nur noch sei daran klatschen aber wollen wir dann nicht gleich erstmal folgenpreis das können wir machen so und gefuttert aber ich nehme den topf lieber mit weil wenn wir da unterwegs und auf einmal noch bin doch ein kamerad naja so hattest du jetzt hier noch irgendwo wo die knochen dinger an können die schädel ja ich baue gerade was weil ich habe ja noch schädel zum abgeben zack kannst du anklatschen was ist denn das hinten baumhaus ok finde ich ganz cool das christian dort und die bleiben ja immer an ist auch top ja das kriegen wir aber nur wenn wir bäume fällen wir können aber auch so ein ding an den baum klatschen genau und dafür müssen wir nämlich auch so einen topf nehmen können wir vielleicht in den nächsten folgen mal angriff nehmen wir haben ja noch ein paar bäume die wir eh nicht mehr abfällen zum beispiel die hier genau ja ich würde schon hier außen die hier draußen noch weniger kann ich auch nehmen falls er überhaupt geht wo waren das hier feuer und da kommt fisch wasser sammler weißt du wo das war mit dem neuen sammler musst du gucken deko vielleicht mir schon wieder kalt das gibt es doch gar nicht wegen dem regen da brauchen wir auch keine tour machen ja ich weiß nicht ob mal ob ob es hier und wie auch andere kleidung gefällt wir sammeln ja zwischendurch auch immer sind kleidung ein weißt du ja aber da steht ja nicht irgendwie was dabei diese ist im inventar zu sehen fallen den dingen das gibt es mir drüben noch weil da war dieses boot wir wollten folgen das us können wir auch noch machen könnte man hier anschauen der einen weg länger unter an den stand legen hier findet ach so wir haben ja sogar aufgaben jetzt habe ich dir auch schon mal vorgelesen vorgelesen ja vorgelesen aber nicht gesagt ja da und so ne ja da und so ne siehst du hier steht doch kälteschutz gibt es da haben wir habe ich null prozent und tarnung gibt es auch noch so und dann gibt es noch anleitung wie man hier vor allen dingen ich für ich idiot finde jetzt dieses blöde ding nicht oder was diesen hart sammler kannst du vielleicht auch und das baumhaus noch an klatschen der baum bleibt ja sowieso ja weiß nicht ob das daran probier doch einfach gibt ein waffenband 8 band halt da so blatt hier sind ja bloß die fallen gut freies bauen ich mache in der nächsten folge weiter spitze bedanke mich so dass ich doch erst mal bist du da fertig bist er ist ja weihnachten doch mal so hab sie gefunden und das baumhaus mal gucken geht sogar ach da brauchen wir aber noch ein seil hast du noch ein sein nein gut dann würde ich nämlich in der nächsten folge auf reakt gehen und probieren noch mal diesen topf zu bekommen was hältst du davon das brauchst du noch einen topf probieren du wirst du wo der ist jetzt haben wir ja nur noch einen topf zum essen gut ja die bald so viele töpfe wie möglich weiß doch gut dann sind wir wieder durch du bist durch abonnieren liken bis zum nächsten mal spitze bedanke mich tschüss